It's exciting Moins ins YouTubes und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Online Schnauze-Luke Mit dabei haben wir den Spasti Und FreshFries Hallo Er zieht direkt wieder rüber weißt du Süß Ich bin dran Ich bin dran Ich bin dran Ich muss jetzt so speeden ey, weil ich keinen Bock hab, dass da gleich einer von hinten kommt Oh, wird das der First Try? Ist jetzt nicht so schwer das Ding Ja, dann fahren wir ein bisschen weiter Bin doch schon weiter, hab's quasi Jaja, jaja First Try Was machst du? Leute, genau das solche Mittel erhalten sie sich eher nicht mal Momentan bin ich ja noch weiter Crash Die Betonung liegt auf Ne Ne, jetzt Ja, komm Verbünden sie sich halt gegen mich, damit sie nicht an der letzten Position stehen Hä, wie flipp ich hier? Der wird Sp Berlin Ich auch Ja, weil du auch immernoch nicht prerequisitest Hm, gucken wir wie der Punkt bin lol, da war ne Annäherungsmine Wie geht das, Cen bitte? Mir geht was. Juck, was ist los? Was für ein 5 Minuten Challenge, Mann. Weil ich im Ziel bin gleich. Ja, echt? Jetzt. Läuft bei dir. 1 Minute 30. 5 Minuten Challenge. Ich spinne. Dann mach die Räume machen. Jetzt hab ich den Flip gecheckt. Alter Fresh, jetzt ohne Witz. Was ist los, Luke? Freunde, das Ziel für diese Folge war einzig und allein, dass Luke nicht ins Ziel kommt. Oh, ernsthaft? Ach, du warst nie. Das war nicht meine. Ich dachte schon, rutsch einfach runter. Jetzt kann ich Luke da unten gar keine mehr hinlegen. Kann ich, wenn ich die von hier oben runterwerfe, treff ich da? Du kannst von da oben, du kannst von da oben, du kannst da runter springen auf den Punkt eigentlich. Theoretisch, ja. Wirst du voll gut cheaten können eigentlich. Hebel hat beendet. Schaff ich's noch? Boah, ernsthaft? Nee, das war Hebel. Da lag halt auch meine, genau da. Egal, Hauptsache, Luke beendet nicht. Probiert er mich gerade mit Raketenwerfer abzunehmen? Ja, probiert er. Richtig schlecht hat Luke. Richtig schlecht. Bei meiner, ne? Dann sieht man sich gleich wieder in der nächsten Folge. Runde. Wie sag ich mal, Folge. Bis gleich. Und da sind wir auch in der zweiten Runde. T20 Obstacle Worldwide. Alles klar. Mhm. Gegen die 3-Minuten-Strecke von gerade wird das auf jeden Fall gut werden. Definitiv. First try. Ich hab halt so geblockt, dass Luke in Hebel reingefahren ist. Und die beiden dadurch Kacke gebaut haben. Mach ich denn hier. Wand. Ach schade, ich wollte das Wand wieder runterkommen. Ah, da hab ich fast einen mitgenommen. Erster. Du bleibst halt dein Punkt da unten stehen, in der Hoffnung, er kriegt ihn so. Wer fährt denn da so mega langsam hoch, ey? Ich bin gerade kurz mega langsam gefahren, weil ich dachte, ich fliege nur eine Annäherungsmine. In dem Moment ist aber Hebel mega mega gefahren. Nein, ich falle da runter. Ach komm. Wie lächerlich. Aber er beschwert sich über langsam hochfahren. Ja, ich bin richtig lächerlich oben abgepeilt an so einer unsichtbaren Kante. Mega lächerlich, ey. Easy. Wird der jetzt hochge... Ja. Ja, ich wäre echt da jetzt hochgegangen. Ich bin so aufs Dach aufgeprallt, ey. Und Hebel hat mich schon wieder... Ja, bist du hochgegangen. Was macht Hebel überhaupt? Steht der da rum, oder so? Ja, der liegt schon jetzt seit der Annäherungsmine. Mensch, Luke. Ich warte nämlich eigentlich, dass er weiterfährt, weil da liegen zwei Annäherungsmine. Junge, ich drück mein scheiß Gaspedal komplett durch. Und du warst langsam. Das hätt ich ja nicht eingeholt. Alter. Achtung, pass ein bisschen auf. Hebel steht einfach rum. Mit dem Sings. Ich hab's gesehen. Er weiß halt, dass der Annäherungsmine-Ding wahrscheinlich. Runtergeblockt. Gut, so. Ne, er kommt einfach nicht über die... Och, wie kacke ist das, was wir wieder gebaut? Ganz ehrlich. Oh, Hebel. Wie kommst du da drüber? Jetzt komme ich auch drüber. Echt? Was ist das für eine Rotze? Wer baut sowas? Ganz ehrlich. Nein. Ja, sei froh, ey. Fresh, du wuhrend. Äh. Tochter. Warum hat Luke sich jetzt auch geblieben? Weil Luke runtergefallen ist. Du bist echt krass langsam. Ach, du bist krass langsam. Ich hab extra gebremst, sogar auf dem Wallride. Die waren... Alter. Meine war Hebel eigentlich gedacht. Wir kommen hier nie weiter, wenn das so weitergeht. Meine Fresse. Ich bin beim Hindernis-Wallride. Wir sind jetzt echt scheiße. Okay. Obstärke hab ich. Obstärke werden wir gar nicht mehr sehen. Weil wir ihn nur wegschregen. Klar, einer muss es doch sehen. Ernst. Was? Das war keine Annäherungsmine. Was? Ich bin einfach ganz normal im Wallride von Selbstwort. Alles klar. Ich dachte, du hättest mich hochgejaktet oder sowas, aber... Ne, ne. Du kannst sowas eh nicht. Wie soll man da rüber kommen? Nein, na komm. Ich weiß, dass du das schon wieder gebaut war. Alter! Heute irgendwie nach... Weiß ich's nicht. Anti-TTC gesucht oder so? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Muss man den Wallride vielleicht nehmen, Enki? Ich weiß nur nicht wie. Ne, der ist okay. Das macht keinen Sinn. Muss ja alles für den Müll kommen. Elegant, meine Freunde. Elegant. Ich bin gerade Zweiter. Wärst du überhaupt Zweiter? Ah, du. Okay. Ja, 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 ja. Ich will ja nur Hände einslegen eigentlich. Ohne Wichs. Ne, ich hab jetzt ohne Wichs nichts gelegt gerade. Ohne Wichs. Okay. Äh, Hable ist Dritter, glaube ich. Ja. Da ist ein Stopp. Oh Mann, hätte du durch Stopp sind durchfahren können. Das ist so lächerlich. Ich prall in dieser Scheiß-Wallride-Fahren jedes Mal ab. Ich hab Hable am Wallride gesprengt. Verdient, ey. Ganz ehrlich, verdient. Komm, Looping fahren. Jawohl. Oh, ich bin gerade beim zweiten Obstacle. Ich würde finde, ich würde auch mal gerne was sehen oder nein. Ich hab auch noch nichts gesehen. Einen Obst-Ein Obstacle hab ich auch noch. Ich hab auch noch kein Obstacle gesehen. Wow, wie kacke, Mann. Guck halt einfach mein Video hier. Ach, einfach weiter. Ehrlich? Und nach dem Looping bin ich halt runtergefallen. So, Hable hab ich erwischt damit. Das war eigentlich die Plan da dran. Da hingen nur, glaub ich, zwei. Du, Alter. Du kannst dich gar nicht mehr zusammenreißen. Ey, ich schwöre, wenn die Aufnahme aus ist. Das war aber die Rache für die ersten paar Maps. Ganz ehrlich, ey. Alles vorbei mit dir. Ganz ehrlich. Ich bin auch nochmal bisschen mies. Bisschen mies muss man ja ab und zu noch. Ja, das ist einer am Ende, das Obstacle-World-Rating durch so eine Anhörungsmine. Ach, fail. Was ist das denn? Nein, 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 nein. Nee, nee, so ein Arsch bin ich nicht. Nicht am Ende des Obstacle-Worlds. Nee, nee. Ach, fuck, Alter. Man, diese Schanz ist schon wieder so kacke gebaut, ey. Hä, einer ist wirklich mal vor mir. Wo bist denn du gerade? Doch, ich glaub, Hable war gerade vor mir. Nee, steht zumindest nicht dran. Ja, der war gerade vor mir. Ey, bist du bei dir in der Nähe auf jeden Fall? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, der ist vor dir. Geht vor dir. Ich bin nicht gerade, glaub ich, weiter vorne. Also ich bin auf jeden Fall am Wall-Wide weiter vorne. Oh nein, komm, oben ist zugebaut. Ach komm, fick dich doch, ey. Ah, beim Randomizer. Ja, wo ist er oben zugebaut? Alter, er ist halt einfach nur, warum? Guck mal, wir stehen, wir stehen da beide auf der Plattform, niemand macht was. Ja, Annäherungsmine. Oder Haftbombe. Was ist denn falsch bei dem Idioten? Ganz ehrlich. Guck mal. Spass dir. Mann. Und beim ersten? Seid ihr gerade am zweiten Obst der Köder ist? Beim ersten, doch, ne? Ja, dann, dann, dann wartet eine Annäherungsmine auf mich da. Beim zweiten wartet... Am Ende des Dinges, wenn ich ihn vorlasse. Dann lass ihn erst beim zweiten vor. Ach, wow. Ciao. Kommt dir das Ziel? Auf zu lachen. Luke ist bei dem Plattform, ne? Ich will die Scheiße einfach überspringen. Oh, er hat das zu beelachen, aber ist trotzdem lustig. Oh, fuck. Bleib doch einfach auf der dritten da stehen und fahr einfach rüber. Easy. Warum haust du mich so weg? Warum haust du mich so weg? Warum haust du mich so weg? Fick dich doch, ey. Oh, wie kacke ist das denn bitte? Da ist ein Stoppit mittendrin, da muss man durchfahren und ich schaffe es jedes Mal nicht. Ah. Oh, Mann. Hier kommt man wieder so schon die Lucky da durch, ganz ehrlich. Stoppit. Ich weiß es nicht. Asozial geht es nicht. Obstacle Wallride. Nicht mal Crip, nice. Ficken, ey! Scheiß Stopp-Schild, ey! Spawn on in here. Äh. Ja, Spawn ist da scheiße. Hi, Luke. Hi. Ich fahr jedes Mal gegen diesen Scheiß Stopp-Schild, ey. Ganz ehrlich. Der Boat so eine Rotze. Ich weiß nicht. Du nimmst auch nicht mehr an schon, aber wie kommst du bitte drauf? Ähm, einfach gut schon, flippen soll ich mal. Oh, jetzt bin ich. Ich muss ein paar Mal machen, dann geht das. Oh, das Stopp-Field ist nicht da, das Stopp-Field ist nicht da. Eieiei, endlich ey. Alles klar. Da liegt schon wieder was. Ich seh's doch. Ja, ja, ich seh's gerade. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ah, du bist auch da? Kleiner Tipp, fahr da links und nimm das dann. Links? Und er probiert's von rechts, aber schafft das nicht. Dass man so ein bisschen Lücken macht, meinst du? Ja, links. Dass du da quasi so... Hm... Naja, genau. Er probiert's nämlich ganze Zeit rechts und verkackt's und ich hab's auch links probiert und geschafft. So drei, vier bis gleich oben oder so. Das war ein bisschen zu weit, aber... Schade aber auch. Gönn ich ihm. Er will direkt rüberspringen jetzt, aber hat's auch nicht geschafft. Jetzt nimmt er's Punkt oder was? Hui! Ich fliegel zu weit! Na, er will jetzt von da direkt rüberspringen. Echt? Echt? Er will von da direkt rüberspringen. Schafft's aber auch nicht. Schlecht doch ein bisschen Annahmen für den Punkt, ne? Ey... Ne, ne. Ja, die Auffahrt ist so scheiße. Ich bin einmal angekommen an den scheiß Wallrat. Jawoll. Ja, ja, ich bin drin. Bist du drin? Leg da direkt an, der muss mir in die Rügel. Wenn er ankommt, direkt BAM! Fuck, ja, ich bin's verkackt. Oder? Ja, er hat's, er hat's, er hat's. Probier ihn zu sprengen, bevor er rauskommt. Er sieht, er sieht. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Panzerfaust. Panzerfaust! Nein, ich hab da scheiße Dings genommen. Noch hast du Chancen. Bin ich grad bei. Er weicht aus. Nimm die Panzerfaust. Er fährt nach hinten, er fährt nach hinten. Ich sag, wenn er kommt. Ja, ich war auch relativ. Ich war nah dran, ich war nah dran. Er fährt noch weiter zurück. Er hat die UC im Anschlag. Eben. Er fährt noch n Stück. Ich nehm mal kurz den Punkt mit, bevor er mich hilft. Er, er, er kommt, er kommt, er kommt. Man hat's. Merkt das. Er probiert, dich abzuschießen. Verjuckt mich nicht. Freunde, das Duell. Ohohoho, er fährt zurück. Echt jetzt zurück? Bitte nicht, aber. Bitte nicht. Er fährt hinten raus. Da liegen so viele Anhörungen wie in Luke. Da liegen so viele Anhörungen wie in Luke. Warte, warte, bevor du da reinfährst. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Bist du drüber? Ich hab's ja extra selbst ausgelöst. Ich hab's ja extra selbst ausgelöst, die Ernährungsminen. Ja, 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 klar. Ja, ist so. Danke. Ich bin extra reingefahren. Ach du heilige. Na egal, wir fahren mal weiter. Dann fahr ich auch weiter. Ja, komm, wir fahren weiter. Sonst dauert es ja Ewigkeiten hier. Ah, verdammt, zu wenig Speed. Ja, bei Luke bist du ins Stop-Shit gefahren. Ja. Okay, kloppt. Da müsst ihr bei Soraya bisschen aufpassen. Am Ende kommt so ne Schräge nach unten. Er schießt schon wieder nur noch, ne? Ja, er ist schon da, er ist schon da. Glaube ich. Mir war da nicht falsch Stop-Shit. Ach du heilige. Okay. Weiter unten liegt ne Mine, okay. Auf der Schräge weiter unten, weiter unten liegen die. Ja, irgendwo weiter unten. Ich seh, ich seh, ich seh, eine seh ich. Ist das eine, ist das eine oder ist das ne? Da vorne, du siehst sie. Ja, fahr einfach dran vorbei. Mitten drauf, Luke, mitten drauf. Ja, ja, das ist eine. Eine. Ja, ich komm eh nicht mehr ins Ziel, wenn du jetzt reinfasst. Ich seh nix. Ich seh nix. Ja, dauert noch ein bisschen bis da drin. Fest Cam. Du musst einfach aufm Boot. Na sogar, ohne explodiert. Was ist denn Punkt? Ohne explodiert. Ja, jetzt hab ich da ein Stop-Schild. Nice. Ohne explodiert. Und explodiert. Hier, danke. Nice. Abel ist jetzt auch da. Er darf nicht beenden, naja. Er wird nicht beenden, wenn du gleich ins Ziel fährst. Dauert nicht mehr lang. Er fährt voll gegen Stop-Shit. Mission Abel beendet nicht. Geschafft, glaub ich. Muss man denn danach hin? Hä? Naja, er schafft nicht mal die Auffahrt. Er ist auch aufm Boden, ey. Komm. Lächerlich. Alter, allein... Hab da nie Cripp? Bisher haben da immer alle Cripp aus sich. Und Luke darf auch nicht beenden, damit ich ihn noch reinholt. Sollen wir nicht? Bitte nicht. Was? Oh, hey. Willst du zünden am Woiwalt? Naja. Bitte fährt er in die Anderung. Das wär so verdient. Der sieht's, glaub ich, oder? Er hat da auch noch welche... Oh, er ist ausgewich'n! Er hat auch noch welche legen sollen. Er legt ne neue. Er legt ne neue. Er legt ne neue. Luke, da liegt einer. Oh, ich komm mal. Oh, ich komm mal. Hm. Er ist jetzt unten. Eieiei! Ja, er geht nicht bei ihm. Hat er eh... Oh, okay. Und so pass hat er hier... Er hat den ganzen Zeit geimpft, um hier aufzufahren. Nee, zur Fernung nicht mehr. Jetzt hab ich wieder Speed. Du brauchst nen Stern, Luke. Ja, ich hab's gesehen. Und... Ui! Ui! Deine war das, ne? Oh, steigen. Naja, dann sag ich aber an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst ne kleine Bewertung da, wenn's euch gefallen hat. Und schaut auch gerne beim Fresh Rise vorbei. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge. GTA 5 Online. Ciao, ciao! Und... Ui! Ciao!